Wir stellen uns die Zeit als eine gerade Linie vor. Aber sie ist eine Spirale. Wir können wieder die sein, die wir waren. Hey, darf ich vorstellen? Meine Freundin Laura. Meine Frau! Ihr scheint euch gut zu verstehen. Sie ist interessant. Leider hässlich, aber interessant. Ja, sie ist wirklich hässlich, oder? Kein Grund zur Sorge, mein Freund. Es wird alles gut, glaub mir. Nur keine Angst. Gehen wir den Klopp. Aus hier, gehen wir feiern. Wie geht's dir? Gut, nach meiner Scheidung. Ich meinte, wie geht es dir heute? Gut, die Scheidung war heute. Wir sind nicht immer traurig. Und wir sind auch nicht immer glücklich. Ja! Wir waren nie in der Lage, uns zu sagen, was wir füreinander empfinden. Das kann doch nur heißen, dass die Gefühle stark waren. Das Ganze nochmal von vorn will ich nicht. Ich schon. Ich schon. Ich schon. Ich schon. Ich schon.